Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Guide. Heute soll es einmal um das Ostracon Rätsel mörderischer Ausblick gehen. Wir gehen einmal gemeinsam durch, woher wir dieses Rätsel bekommen, was wir dafür machen müssen und natürlich auch, wie die Belohnung ausschaut. Steigen wir einmal ein auf der Weltkarte. Wir müssen zunächst einmal nach Attica und hier in dem Bereich müsste, glaube ich, auch schon des Rätsels Lösung sein. Genau, hier haben wir den vernarbten Berg von Pentelikon und direkt hier haben wir auch den Steinbruch. Bei diesem Steinbruch erhalten wir das entsprechende Ostracon Rätsel und sobald wir das eingesagt haben, geht es nach Athen und ungefähr an dem Spot, wo ich jetzt bin, hier direkt unter dem Schriftzug Groß Athen, geht eine Straße hier hoch. Das Ganze ist ein kleiner Hügel und wenn ihr diesen Hügel erklommen habt, könnt ihr diese kleine Aussicht hier genießen. Doch wir düsen einmal direkt durch zum Altar, denn hier können wir interagieren, das Rätsel lösen und die Gravur erhalten, plus vier Schaden mit Sperren und Stäben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 K Espere Kol як-